Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dreht es sich um dieses Plakat mit 100 Lieblingsbüchern. Ich habe dieses Plakat vor einer ganzen Weile schon bei Thalia gewonnen. Ich weiß nicht, ob es dieses Plakat doch zum Kaufen gibt. Ich glaube, das gab es in den Läden überhaupt nicht zum regulären Preis zu kaufen, sondern es gab es nur bei diesem Gewinnspiel. War auch so eine Sonderaktion, glaube ich. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich gewonnen habe und dass dieses Plakat hier bei mir ist. Auf diesem Plakat stehen 100 Bücher drauf, die sozusagen als 100 Lieblingsbücher bezeichnet werden. Ich weiß nicht genau, wer diese Bücher jetzt vorgeschlagen hat, wer sie empfohlen hat oder ob das einfach irgendwer bei Thalia zusammengestellt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das 100 Bücher und ich habe mir gedacht, jetzt zum Start von 2021 möchte ich mir das Plakat mal genauer anschauen und möchte schauen, welche Bücher sind da drauf, welche habe ich gelesen und möchte damit so eine kleine Challenge machen für 2021. Ja, noch eine Challenge. Ich habe ja noch einige andere, aber irgendwie habe ich dieses Jahr total Lust drauf. und genau, ich werde euch jetzt mal vorstellen, was da alles für Bücher draufstehen, welche ich vielleicht schon gelesen habe und mein Ziel ist es im Endeffekt ungefähr 10 Bücher von diesem Plakat Ende des Jahres gelesen zu haben. Wir werden mal sehen, wie das funktioniert und ich werde euch jetzt ein bisschen näher ans Plakat ranholen und euch die Bücher mal zeigen. So, mein Stativ geht leider nicht höher, deswegen ein bisschen unglücklicher Winkel, aber ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Als erstes haben wir den Report der Markt von Marco und Edward. Habe ich an sich schon viel Gutes gehört, aber auch eher Negatives vom Schreibstil her, deswegen bin ich mir noch nicht so sicher. Daneben die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Überschneidet sich, glaube ich, ein bisschen mit der anderen Challenge, die ich habe, aber das ist ja eigentlich ganz gut für mich. Dann meine geniale Freundin von Elena Ferrante. Das habe ich bereits abgebrochen und man kann da eben jetzt markieren, ob man es gelesen hat oder nicht. Und ich habe da jetzt einfach hingeschrieben, habe ich abgebrochen. Werde ich auch nicht nochmal probieren. Dann der Alchemist von Paolo Coelho. Ja, mega cooles Cover, aber kenne ich bisher noch nicht. Dann ein ganzes halbes Jahr von Giorgio Morse, habe ich bereits gelesen. Ebenso das Parfüm von Patrick Süßkind. Ich versuche jetzt mal nur die Oberstreihe erstmal abzufilmen. Dann haben wir den Namen der Hose von Elberato Eco. Und das, wie heißt das, ich kann es nicht genau lesen, die Glasglocke von Sylvia Platt. Der Name des Windes von Patrick Wofford, das wurde mir auch super oft empfohlen. Ist aber halt auch so ein richtig fetter Klopper. Dann haben wir die sieben Schwestern von Lucinda Wiley. Das habe ich bereits gelesen. Sturmhöhe von Emily Bonteux. Der Herr der Ringe von J.R. Tolkien. Da bin ich mir echt unsicher, weil es mich eigentlich so gar nicht interessiert. Und mir das einfach zu viel Fantasy ist, zu eine komplexe Welt. Deswegen bin ich mir noch unsicher. Dann vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells. Dann der Zirkel von Dave Eggers. Und 1984 von George Orwell. Habe ich alles noch nicht gelesen. Dann geht es weiter mit Gute Geister von Caffin Stockett. Unter Leuten von Jolie C. Dann Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Zählt ja schon so richtig zu einem Klassiker. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich bisher nicht so richtig dazu gegriffen habe. Dann Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Auch das steht auf einer anderen Liste von mir mit drauf. Dann haben wir PS Ich liebe dich von Cecilia Ahan. Habe ich schon gelesen vor einigen Jahren. Da gibt es noch einen zweiten Teil dazu. Aber ich glaube, den werde ich jetzt nicht lesen. Dann Kleine Stadt der großen Träume von Frederick Beckman. Und Schöne neue Welt von Alois Haxley. So, dann sind wir wieder auf der anderen Seite. Da haben wir einmal Was vom Tage übrig blieb von Kazuo Ishiguro. Das sagt mir tatsächlich gar nichts. 1989 ist auch schon ein älteres Buch. Die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling soll ja recht lustig sein. Also mal schauen. Solo-Album von Benjamin von Stokrad-Bere. Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz davon. Auch das steht auf meiner anderen Liste. Dann Elementarteilchen von Michael Hulebeck. Sagt mir auch gar nichts. Ebenso wie Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Dann Die Vermessung der Welt. Von Daniel Kähmann und 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Das sind alles Bücher, die sagen mir tatsächlich gar nichts. Dann haben wir Wassermusik von T.C. Boyle. Die geheime Geschichte von Donna Tart. Ich glaube auch das steht auf einer anderen Liste. Der Medikus von Noah Gordon. Das ist ein Buch, wo ja Maike von den Bookfans Forever recht viel schwärmt darüber. Ich hatte das Buch schon mal da, aber irgendwie hat es mich nicht angesprochen. Ich habe es wieder aussortiert. Dann haben wir Abbitte von Ian McEvan. Er soll glaube ich auch recht gut sein. Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Die Verwandlung von Franz Kafka. Und ein Buch, was mir unheimlich oft empfohlen worden ist. Ein wenig Leben von Hanya Jana Gihara. Ja, ich glaube ich muss es wirklich mal lesen. Du, dann ein Stück weiter unten mal wieder ein paar Bücher, die ich gelesen habe. Erbarmen von Josi Hadler Olsen. Das müsste auch der erste Teil dieser Reihe sein. Die Therapie von Sebastian Fitzek habe ich auch gelesen. Mord im Orient Express von Angata Christie. Die ist ja auch schon, ja, doch ein bisschen älter, dieses Buch. Gibt es ja auch einen Film zu. Ich habe weder das Buch gelesen noch den Film gesehen. Der Schwarm von Frank Schätzing ist ja auch so ein richtig, richtig fettes Buch. Also mal schauen. Dann weiter rechts ein gutes Omen von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Dann die Blechtrommel von Günther Kraas. Und die Herrin von Winterfell von George R. Martin. Auch das ist etwas, was mich bisher nicht so angesprochen hat. Weder als Buch noch als Serie. Also ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Und die Bücher sind ja auch recht dick. Ja, ist dann doch schon ganz schönes Projekt, was man sich da vornimmt. Dann eine Reihe war ja unten, haben wir Illuminati von Dan Brown. Habe ich als abgebrochen markiert, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich genau dieses Buch abgebrochen habe. Ich habe aber für mich selber die Haie einfach abgebrochen, weil ich mit dem Schreibstil von Dan Brown einfach nicht klargekommen bin. Dann Verblendung von Stieg Larsen habe ich gelesen. Die Schwalbe, die Katze, die Hose und der Tod von Hakan Nessa. Hat irgendwie einen mega witzigen Titel. Dann Schneemann von Joe Nesbö. Ich habe von Joe Nesbö noch nie was gelesen, aber ich glaube, der Schneemann klingt schon ziemlich gruselig. Dann haben wir Love Jane Law von Joe Fielding. Ich habe schon irgendwann mal ein Buch von ihr gelesen, aber ja, das war es nicht. Der Anschlag von Stephen King. Ja, an sich klingt es mega gut. Aber auch das ein richtig, richtig fetter Schinken. Midsommarmord von Henning Mankell. Ja, Henning Mankell kenne ich vom Namen her, aber mehr auch nicht. Und Schneewittchen muss sterben von Nele Neuhaus. Wundert mich ein bisschen, dass das drauf ist, weil es, glaube ich, der vierte Teil dieser Reihe ist. Und komisch, dass nicht der erste draufsteht, aber das werde ich auf jeden Fall irgendwann lesen, weil ich ja die Reihe noch komplett lesen möchte. Dann haben wir Postmortem von Patrizia Cornwell. Die Jury von John Cusham. Venezianisches Finale von Donna Leon. Ja, alles drei. Die Namen sagen mir was, mehr aber nicht. Dann haben wir Gone Girl von Gillian Flynn. Das habe ich gelesen, fand ich jetzt aber nicht so toll. Und dann haben wir hier noch MyCred und die Tänzerin. Sagt mir auch gar nichts, ist aber auch schon etwas älter. Steht ja 1951 drunter. Wer die Wahrheit sucht von Elizabeth George. American Psycho von Brad Easton Ellis. Auch beides Bücher, die mir jetzt nicht so viel sagen. Und als letztes hier unten noch Blackout von Mark Elsberg. Das sagt mir tatsächlich was, weil das habe ich schon gelesen. Dann haben wir hier noch ein paar Bücher, die jetzt meiner Meinung nach so ein bisschen in die Sachbuchrichtung gehen. Und zwar Becoming von Michelle Obama. Das ist ja ihre Biografie in gewisser Weise. Dann Tiere essen von Jonathan Safran Föhr. Ja, sagt mir gar nichts. Genauso wie das andere Geschlecht und das Kaffee am Rande der Welt. Aber allein vom Titel her, finde ich, klingt es schon irgendwie interessant. Dann haben wir Walden von Henry David Thoreau. Ja, ich bin schlecht in sowas im Aussprechen. Ist schon von 1854. Also, ich bin mir unsicher, ob sowas überhaupt dann was für mich ist. Die Nacht zu begraben Elisha von Ellie Wiesel, Homo Deus von Yuvala Noah Harry und In die Wildnis von John Krakauer. Ja, sagt mir jetzt alles nicht so viel. Und da unten drunter haben wir noch der große Trip von Shirley Strayward und Farbenblind von Trevor Noah. Trevor Noah soll ja wirklich sehr gute Bücher schreiben. Also, ja, vielleicht wage ich mich mal dran. So, und hier unten haben wir dann nochmal so Kinderbücher, Jugendbücher und als erstes Emil und die Detektive von Erich Kästner. Ich dachte, dass ich es schon mal gelesen habe, aber wenn dann vor der vierten Klasse, weil erst ab da habe ich es mir aufgeschrieben. Dann haben wir Oh, wie schön ist Panama von Janosch, Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Auch das, wenn dann vor der vierten Klasse gelesen oder einfach, ja, nur die Filme gesehen. Der Grüffelow von Axel Scheffel, Heidi von Johannes Byrd, Die Geburtstagstorte für die Katze, Wir Kinder aus dem Möwenweg. Dann haben wir noch Jim Knopf von Lucas, der Lokomotivführer und Die Mummins von Tove Jensen. Das sind alles Bücher, wo ich sage, interessiert mich schon irgendwie, würde ich mir jetzt aber einfach so für mich nicht lesen. Ich glaube, die lese ich irgendwann mal, wenn, ja, wenn ich Kinder habe. Dann in der Mitte haben wir Alice im Wunderland von Lewis Carroll, Der kleine Prinz von... Ich spreche es lieber nicht aus, kann nur falsch werden. Der Räuber Hotzenblots von Ottfried Preußler und Die unendliche Geschichte von Michael Linde. Das steht auch auf mehreren Listen drauf und, ja, ich habe es noch nicht gelesen. Das Wunder von Narnia von C.S. Lewis habe ich gelesen, genauso wie Harry Potter und der Stein der Weisen. Dann kommt Krabat, auch von Ottfried Preußler, habe ich nicht gelesen. Dann haben wir noch Rubinrot von Kerstin Gier, habe ich gelesen, das Tagebuch der Anne Frank ebenfalls. Und dann haben wir noch Sophie's Welt. Und als letztes hier unten haben wir Percy Jackson. Das müsste der erste Teil sein, habe ich noch nicht gelesen, steht auch noch auf einer anderen Liste. Dann Das also ist mein Leben von Stephen Sporsky, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es auf der anderen Liste steht. Das Schicksals mieser Verräter von John Queen habe ich gelesen. Die Tribute von Panem habe ich auch gelesen. The Hate U Give Nicht. Dann habe ich Chick. Die Welle von Morten Ruh habe ich gelesen. Die Bücherdiebin habe ich auch gelesen. Und dann haben wir noch Der Fänger im Roggen. Wer die Nachtikall stört. Und als letztes Tintenherz von Cornelia Funke, was ich auch nie gelesen habe, wo ich aber nicht mehr sicher bin, ob ich nicht vielleicht zu alt bin. und das dann nicht auch irgendwie auf irgendwann mal verschiebe, wenn meine Kinder Jugendliche sind. Aber ja, da ich noch keine Kinder habe, kann das nur eine ganze Weile dauern. Ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung dieses Plakates gefallen. Ja, ich kann jetzt auf den Inhalt der einzelnen Bücher nicht eingehen, weil ich eben selber von den meisten Büchern noch nichts gehört habe, sie auch selber einfach noch nicht gelesen habe. Ich werde euch aber alle Bücher unten in der Infobox verlinken. Das heißt, schaut da gerne mal vorbei. Ich finde da Links zu Lovely Books. Das ist die Inhalte der Bücher, sozusagen könnt ihr euch dann anschauen und auch alle anderen Details, die es in den Büchern gibt. Und jetzt würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir mal unten in die Kommentare schreibt, welches dieser Bücher wäre auch ein Lieblingsbuch von euch, welches sollte ich unbedingt lesen. Und ja, wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, mindestens zehn Bücher von diesem Plakat zu lesen und abzuhaken. Mal schauen, ob das 2021 gut funktioniert. Und wie gesagt, leider weiß ich nicht, ob es dieses Plakat zu kaufen gibt. Ich habe es auf Ebay-Kleinanzeigen gesehen, aber mehr auch nicht. Es gibt aber ja ganz, ganz viele Bücher in dieser Variante von 100 Büchern oder 99 Büchern, die man gelesen haben muss. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, so ein Plakat, weil gerade wenn man dann auch Haken macht, hat man irgendwie immer das Gefühl, man hat was geschafft. Aber ja, ich höre jetzt auf zum Quatschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei seid. Ciao! Musique Musique Untertitelung des ZDF, 2020